So, hi die, hi du, hi da. Willkommen zurück zu einer neuen Runde in der Beta-Test-Phase, beziehungsweise diesem Beta-Test-Game von Call of War. Und ja, mein Nebenkriegsschauplatz, ich habe ihn eröffnet, ich weiß gar nicht, ich bin so selten hier zugekommen aufzunehmen, das ist jetzt die zweite Folge, das ist unglaublich. Und wir sind bei Tag 12, glaube ich. Tag 12, genau, Tag 12, ich habe da keins aufgenommen, glaube ich, scheiße. Es tut mir leid, dass da so eine große Unterbrechung drin ist, aber ich habe es auch ein bisschen neben dem Auge verloren. Klingt scheiße, der Satz. Also so ein bisschen neben angehabt und dann viel Haushaltskram. Die einen oder anderen kennen es vielleicht und dann denkt man sich abends so jetzt noch, oh nee, du hast echt keine Energie mehr und keinen Bock, mach sie morgen. Und so schiebt sich das dann immer so ein bisschen. Und jetzt komme ich endlich dazu, tatsächlich. Es ist Freitag, es ist 11.38 Uhr und im Ofen sind die Ofenkartoffeln, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Zeit und Luft. Um jetzt hier endlich mal Tacheles weiterzumachen. Tacheles und zwar hatten wir Krieg gegen Portugal. Ich weiß gar nicht, ob ihr den noch mitbekommen habt, ich glaube nicht, es tut mir leid. Krieg gegen Portugal und Portugal erobert. Das war relativ leicht, auch hier aus das Ponto Delgada, genau, haben wir erobert. Ging ganz leicht. Hier unten hatten wir tatsächlich noch Santa Cruz de Tenerife. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Bildschirm, hatte ich überhaupt nicht drauf. Und habe dann davon die eine Infanterieinheit, die stationiert war, habe ich dann rüber nach El Ayoun geschickt, um dort die Provinz einzunehmen. Und die zwei anderen, das heißt Französisch-Westafrika war das, glaube ich, ist jetzt weg. Die, wer war es? Die Tina, glaube ich, ne? Genau. Die Tina von Battery Labs ist wie ein jeder guter Call-of-War-Spieler nach drei Tagen offline gegangen und nicht wieder aufgetaucht. So viel also zum Bündnis. Das heißt, wir snacken hier wahrscheinlich nochmal Marokko ein bisschen weg. Das hat folgenden Zweck, dass wir hier einfach die Anlandung des Amerikaners verhindern können. Und so weiter und so fort. Ich bin jetzt tatsächlich mit Algerien verbündet. Lief tatsächlich besser, als ich gedacht hatte, nach dem anfänglichen Krieg, die mir diese zwei Provinzen gebracht haben, Tlemchen und Oran. Ähm, ja. Ich habe ihn mal vorsichtshalber nämlich angegriffen. So, rein vorsichtsmäßig. Ähm, weil er halt wirklich hier über mein Territorium da rein nach Frankreich preschen wollte, was zu dem Zeitpunkt noch existiert hat. Und, ähm, Frankreich halt mit mir auf eine Karte hatte. Äh, ich Frankreich gesagt habe, hier, pass auf, der will dich eigentlich angreifen. Um das so ein bisschen zu provozieren und hin und her zu taktieren, hatte ich ja gesagt, hier, komm, guck mal, der will dich angreifen. Hat die Nachricht auch anonym geschickt, glaube ich. Wollte dich angreifen. Ähm, der tut nur so, als ob er über das Gebiet von Spanien läuft. Äh, ja. Frankreich hat mir dann die geteilte Karte gekündigt. Das war für mich schon so ein Zeichen, okay, er misstraut ihm. Ähm, da habe ich dann aber gesagt, das ist mir zu riskant. Ich habe ihn angegriffen, Präventivschlag, ähm, und, äh, hier habe ich schon Vorstoß gemacht. Er meinte zwar, er könnte mir sein verblieben in Landskrieg trifft, mich locker zurückwerfen, aber, äh, bin dann mit der Truppe hier reingelatscht. Also, 30 hatte jetzt inzwischen eine Stärke. Ähm, wäre schwer für ihn geworden. Ich hätte hier unten alles einnehmen können, weil hier alles frei war. Komplett. Komplett. Auf jeden Fall, ähm, habe ich dann doch einen gesehen. Okay. Ähm. Äh, ja. Ist doch vielleicht nützlicher. Nur mit der Bedingung, dass er bei mir nicht übers Territorium latscht. Was dann auch geschehen ist, wir haben Frankreich platt gemacht. Wir stehen jetzt im Moment so, dass wir hier sind. Ägypten ist übrigens noch als Bündnispartner dazugekommen. Den haben wir noch mit aufgenommen. Äh, der Dritte im Bunde. Wir sind jetzt, glaube ich, heute die Stärkste. Genau, wir sind die Stärkste Koalition. Oh, wir waren die Stärkste Koalition. Beast from the East ist tatsächlich gerade führend. Shit. 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 Schade. Bis vor kurzem waren wir tatsächlich führend. Ähm, was ein großes Problem ist, Russland. Das ist Russland Empire. Das ist hier ein ganz, ganz großer Motherfucker. Und, äh, hier mit seinen Verbündeten Stockholm und, äh, also Schweden und Finnland am Machen. Man sieht's. Äh, wir haben uns jetzt sporadisch mit, äh, Großrumänischen Reich und, äh, Jugoslawien zusammengetan. Das sind die Balkan Boys. Genau, die Balkan Boys. Ähm, sind wir denen zusammen. Das heißt, deswegen, äh, flutscht Ägypten hier auch gerade über das Territorium von Jugoslawien, Jugoslawien, um die letzten osmanischen, also türkischen Provinzen nochmal wegzusnacken. Ähm, ja. Genau. So ist es. Und, ja. Wir gehen jetzt gegen England vor. Tatsächlich. Unser nächster Schritt ist jetzt einfach gegen England. Ich hab, ähm, ich mach hier seit, das läuft jetzt seit auch fast fünf Tagen, dass ich hier ganz langsam Kuba wegsnacke. Einfach, weil's nicht wichtig ist. Deswegen guck ich da immer nur ab und zu mal hin und setz dann die Einheit ein weiter und fertig ist. Jetzt machen wir grad Hauptstadt Havanna. Und dann können wir eigentlich ganz schnell mit den Mechanisierten nach Pina del Rio einmarschieren. Und haben dann endlich auch Kuba weg. Das heißt, eine, eine, ein Typ weniger, mit dem wir im Krieg sind. Jetzt nur noch Italien. Italien existiert eigentlich auch nicht mehr. Das ist nur noch die Provinz hier oben. Die Provinz. Und diese zwei, drei, vier Provinzen. Hier unten. Ehemaliges Italien. Äh, Rest Griechenland, meine ich. Und, ja. Unser Problem. Ähm. Einheiten. Also wirtschaftlich ist Russland wahrscheinlich der Ficker schlechthin. Seht euch diese Doppelprovinzen an. Stahl. Ware. Ware. Nochmal Stahl. Da haben wir Öl. Das ist keine Doppelprovinz. Aber trotzdem. Hier unten. Ähm. Ukraine. Würde ich gerade mal behaupten. Jugoslawien, Großrumänien. Nein mit Ukraine. Oh, warte mal kurz. Das ist jetzt wichtig zu wissen. Ah. Finnland ist nämlich gar nicht mit denen verbündet. Vielleicht nur formal. Das ist interessant. Das ist gefährlich sogar. Das ist sehr gefährlich. Denn Finnland kann jetzt auch bei uns mit reinrotzen. Ganz unbemerkt. Kann sie ja einfach mit Abkommen durch die Territorium latschen vielleicht. Also müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall Ukraine als Verbündeter steht jetzt nicht so geil da, wie ich finde. Ich glaube, dass... Ich muss mal kurz... Können wir ja kurz mal sneaken. Da ist er. Ähm. Technik gravierten Grades. Keine Ahnung, was das von Rang ist. Ob 42. Er sollte eigentlich auch schon irgendwas auf dem Kerbholz haben. Ich hätte es nämlich einfach mal geraten. Er hat eine absolute Misswirtschaft. Eine absolute Misswirtschaft. Weil ich meine, wenn selbst seine Hauptstadt krepelt, hat er viel zu viele Truppen, um das alles unterhalten zu können. Oder viel zu viele Ressourcen verschlingende Gebäude, wobei das fast nicht geht, weil eigentlich nur die Häfen wirklich Ressourcen verschlingen. Also... Irgendwo... Getreide hat er eigentlich genug. Das sollte nicht das Problem sein. Ware sollte eigentlich auch funktionieren. Das einzige, was vielleicht negativ ist, ist Rohmaterialien. Das ist aber nicht das Problem. Ähm. Ja. Ist interessant. Auf jeden Fall ist es interessant, wie Großrumänien sich da halten kann. Das Großrumänische Reich. Und Jugoslawien da vielleicht noch mitschieben kann. Weil Jugoslawien kann ja hier drüber gehen, zusammen mit Ägypten. Das wäre gegen Russland doch ganz gut. Ähm. Ja. Schwedisches Infanterieregiment versucht uns gerade tatsächlich hier noch, die letzten italienischen Provinzen wegzumapsen. Das ist nicht so nice. Das ist München-Jugoslawien. Okay. Ähm. Wie gesagt. Wir haben unser Fallzug gegen England gestartet. Er rückt hier mit Infanterie hauptsächlich und pack Richtung Zürich vor. 21 gegen 17. Das könnte er gewinnen. Das wird hohe Verluste bedeuten. Ah. Er hat aber schon die Luftflotte in Bewegung gesetzt. Das zehnte taktische Bombergeschwader ist unterwegs mit Jägerunterstützung mit 41er Kampfstärke, um hier einen neuten Angriff gegen die achte gepanzerte Fahrzeugdivision gegen England zu führen. Ähm. Krieg wurde auch schon per Zeitung erklärt. All mission liberate France. Das heißt, ne, Befreiung Frankreichs. Und, ähm. Ich denke mal, das hier ist, äh. Das ist, ich denke mal, das ist England. Oder Schweden. Die Möglichkeit haben wir. Weil United Kingdom ist im Krieg mit Schweden, Finnland, uns, also Algerien, noch nicht uns und Italy. Well fucked. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das, oh, das hatte ich nie. Oh, das hatte ich nie am Schirm. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Gut. Alles klar. Das heißt für uns, ähm. Ein herzhaftes Vorstoßen, wollte ich gerade sagen. Ähm. Ich werde versuchen, Nancee einzunehmen. Ich brauche nämlich mehr von den Rohmaterialien. Oder Rare Materials. Nicht Rohmaterialien. Nicht Raw, sondern Rare Materials. Ähm. Ja. Ansonsten, Brest, mein Gott, draufgekackt. Ich meine, ich habe nur ein Plus von 6. Alles klar. Wir gehen doch nach Brest. Halt. Du nicht. Leute. Diese Seewege, ne? Äh. Äh. Die Seewege sind ganz doll. Äh. So, ist aber nicht die einzige Gefahr. Die andere Gefahr ist tatsächlich die südlichen Vereinigten Staaten. Die sich gerade ein, äh, ein, 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 ein Kampf liefern. Das müsste ich jetzt mal. Southern United States. Tatsächlich. Die sind im Krieg. Hätte ich nicht erwartet. Er ist wahrscheinlich mit dem Verbündet, also mit Kanada. Nordamerika mit, äh, Kanada verbündet. Südamerika ist, ähm. Also südlichen Vereinigten Staaten. Äh. Haben kein Bündnis. Haben wir jetzt deshalb gedacht wahrscheinlich so. Okay. Wir können es mal riskieren. Hier rücke ich übrigens auch auf England vor. Hamilton Island. Und, äh, Gibraltar tatsächlich. Gibraltar holen wir uns auch zurück. Dann haben wir keine Inseln mehr von England hier in der Ecke. Gegen wir erwarte ich jetzt nicht wirklich. Da oben. Ja. Jetzt ist es zu weit. Da wird er wahrscheinlich, also wird Schweden wahrscheinlich viel zu, viel zu schnell vorstoßen. Ähm. Wir können übrigens mal, äh. So machen. So machen. So machen. So machen. Ist vielleicht ein kleiner Schuss ins Bein. Ich weiß. Aber. Jetzt können wir mal kurz gucken. Nö. Sie haben eh nichts am Markt laufen, weil die genug versorgt sind. Das ist das Problem. Ähm. Komm, wir brauchen Öl. Wir brauchen Öl. Ich brauche verdammt viel Öl, Leute. Ich brauche echt viel Öl. Ich will, ähm, Quasar, Quasar Saate haben. Quasar Saate ist eine Doppelprovinz mit Öl. Die kann mir so ein bisschen helfen, weil ich sehe ja auch in Zukunft nicht, dass ich irgendwann eine Ölprovinz rankomme. Hier ist vielleicht, äh, Rotterdam. Aber Rotterdam, da ist Schweden viel zu nah dran. Da, da wird nix. Das, das wird überhaupt nichts. So und alles, was ich hier einnehme, bringt mir kaum was, weil da nichts ist. Na, und, ähm, scheiße. Die ganzen Stahlprovinzen. Kacke. Oh, das wird hart. Ich glaube, das verlieren war. Ich glaube, das verlieren war. Alternative hätte ich übrigens noch geplant. Miami zu invasionieren. Schnell hier rüber zu rücken. Mindestens noch Tallahassee einzunehmen und Jacksonville, um dann eine stabile Frontlinie zu haben. Meinetwegen am besten nochmal hier Albany und, äh, Valdosta, um dann nochmal auf ganz sicher zu gehen und dann hier mit Panzereinheit verteidigen zu können. Gleichzeitig hier über die gewonnenen Ressourcen, Provinzen, beziehungsweise Produktionsstätten Nahschub zu generieren, um dann von hinten aufzurollen und Nordamerika vielleicht so ein bisschen zu helfen. Um mir dann letztendlich auch Platz zu machen. Aber nochmal, ähm, das ist ja jetzt, äh, irrelevant. Ja, so. Auf jeden Fall haben wir dann mindestens eine Ölprovinz und wenn es gut läuft, kriegen wir noch bis zu Hingrenville nochmal Stahlprovinzen dazu. Das wäre ein Träumchen, ein kleines Träumchen. Also kann ich schon sagen. Finde ich, finde ich. So. Gleichzeitig versuche ich hier zu gucken, ob ich vielleicht eine Luftflotte ausbauen kann, um, ähm, ja, einfach mal irgendwo Luft hochheiz zu kriegen. Aber das ist ein bisschen schwer. So. Wir können vier Flugfeld eins. Das heißt, wir könnten theoretisch hier was produzieren. Ähm, es fehlt aber Luft, äh, Basis Stufe zwei. Die haben wir meistens nach nirgendwo. Eins. Bordeaux, 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 du rettest mir vielleicht den Tag. Nicht nur wegen deines lieblichen Weines. War doch, glaube ich, ein Wein in Bordeaux oder so, ne? Ja, ich weiß sowas nicht. Ich kenne sowas nicht. Das ist mir fremd. So, Paris bleibt unausgebaut, tatsächlich. Das ist das Kriegsgebiet für mich. Potenzielle Frontlinie. Da investiere ich keine Ressourcen. Ich lasse lieber alles im Hinterland hoch ausbauen, um dann im Falle eines Vorsturzes des Feindes diese Provinzen ausgebaut zu haben, um keinen großen Ressourceneinbruch zu erleiden. Ne? So. Ach ja. Ja, und das ist es, wie es ist. Und da es nun mal ist, wie es nun mal ist, ist es so auch für dich. Ähm, ja. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein, habt einen Spaß. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao und bis dennne.